Das kann nicht sein. Aber jetzt hab ich den Dreh raus. Jetzt weiß ich genau, wann ich schießen muss. Okay, pass auf. Jetzt geht's los. Ich schaff das jetzt. Wenn ich das nicht schaff, dann krieg ich mein erstes Ganzkörper-Tattoo von dir komplett umsonst. Alter! Das ist meine Herausforderung. Kerem, irgendwie muss ich dich dazu motivieren, das jetzt zu schaffen. Okay. Kerem, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was ist dir aufgefallen? Wir sind wieder richtig schlecht. Boah, mir ist auch gerade was aufgefallen. Es gibt nur einen Weg, wie ich das noch schaffen kann. Oh Gott, irgendwie wo gibt's gerade das Ding? Es ist natürlich... Es war gerade voll am Leggen. Kerem, was machst du? Willst du das nicht machen? Ja, was machst du? Ich glaube, das muss jetzt klappen. Geil, Sam goes with everything. Oh, da kommt der Dick Heißwurm. Einen noch, einen noch. Okay, einen noch. Ja, komm, mach dir die Geil-Geil-Mucke an, ne? Schon geht das. So, auf einmal. Erstmal quicksave hier. Ja, so muss das gehen. So geht das. Hey, wir können speichern. Stimmt, so ging das. Ich wollte eigentlich das Geil-Oh mein Gott! Oh mein Gott, Endboss. Und er ist auch, er hat nur eine Schwäche, die Schwäche, die jeder Gegner zu dieser Zeit des Nintendo-Spielens hat. Auf den Kopf springt! Einen Nintendo-Bautnamen von Chiquita. Könnte auch, ja. Wir werden jetzt schon fast durch, Kerem. Oh nein! Oh nein! Jetzt kommen diese verdammten... Oh nein! Aber wer weiß, vielleicht sind wir daran richtig gut. Ja, vielleicht sind wir bei den schweren Sachen ja nicht so scheiße. Mann, was, ey? Warum musst du so das Ding gleich kaputt machen, weißt du? Erst was wegschmeißen und dann sterben. Schandart. Wie kann ich denn mit dem hier springen? Ich darf's dir nicht verraten. Irgendwas muss ich dir voraushaben. Einfach springen, halt. Spring doch einfach mal. Ah, okay, im Laufen geht das noch. Wissen, die Hälfte von dem Level haben wir jetzt theoretisch schon. Kerem, ich teste jetzt einen Menschen-Nikomanden für den... Guck mal, die... die laufen einfach in den Ton. Guck mal, guck mal. Das ist... Das ist... Du bist... Nur weil wir sterben, wenn wir aus dem Bildschirm ranfallen, heißt das ja nicht, dass das für die Gegner auch gilt. Sag mal, was machen wir denn an der Stelle ohne den Frosch? Das ist... Das ist... Das ist... Alter, das ist Bananen, ey. 70 Stück. Jetzt haben wir wegen dir 70 Bananen nicht bekommen. 71. Sei froh, wir haben wenigstens das andere Level geschafft. Oh nein, ein roter. Ach, die kriegen wir eh nicht. Suizid-Hamster, was sind das eigentlich für Wesen? Keine Ahnung, sie sehen aus wie Justin Bieber in seiner Urform. Okay, jetzt schnell hoch. Willst du mal wieder? Ja, bitte. Okay, also erst das Fass wegwerfen und dann sterben. Oh nein! Du bist Donkey Kong, du kannst absolut nichts dafür, dass du Fässer wegwerfst. Das muss man im Spiel ja lassen, ne? Also, es hat, die haben sich echt viel Gedanken gemacht, wie man das so vielseitig gestalten kann. Oh ja. Für die damaligen Verhältnisse. Boah. Boah, wird das hier ein One-Hit-One-Done? Wieso bist denn du gerade so gut? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist meine Rage-Leiste irgendwie voll geworden. Jetzt bin ich gerade im Berserker-Modus. Boah. Ach, pausieren kann man auch. Das ist ja praktisch. Ja, also das ist eindeutig deine Stärke. Ganz vorsichtig. Jetzt aber, jetzt aber, und! Du hast dir selbst den Schwung genommen, dadurch, dass du... Ja, total. Genau so funktioniert das Spiel ja auch. Was ist eigentlich, wenn wir... Man kann doch... Es gibt doch ne Kombination, wie man aus dem Level rausgehen kann. Ah, ja. Was ist eigentlich, wenn wir das nochmal machen, bevor wir den Abgrund runterstürzen? Wenn wir den Level schon geschafft haben, dann gehen wir einfach aus dem Level raus. Aber, dann sind wir auch nicht mehr beim Checkpoint. Ah, okay. Was war das denn? Das geht nur bei, ähm, Levels, die man aber schon geschafft hat. Glaube ich zumindest. Warte. Ja. Wir sind gleich wieder Game Over. Nein. Oh nein. Okay, jetzt aber. Ich mach's ja schon. Was? Was ist das? Man muss wieder in den Wagen reinspringen. Nicht verachten. Oh, oh. Oh, die Stelle ist mies, ey. Die ist richtig mies. Was? 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 Das packt. Ah. Wir abusen schon die ganze Zeit die Start-Taste, um auf Pause zu drücken, ey. Aber es ist einfach so heftig. Das war unmöglich. Weißt du, wir schneiden das Level später so zusammen, dass wir am Start stehen und dann am Ende. Das hat erst mal geklappt. Das war so langweilig, das wollten wir euch nicht zeigen. Oh, Kerem, nein. Das kommt nicht so einfach. Was? Was, jetzt schon? Was, ja, das ist doch nichts mit der Ernst. Was? Jetzt pass auf, du musst sofort springen. Verkehren. Na, hast du's gesehen? Nein. Und du lässt das Geh noch mit einsammeln müssen. Shutter. Ich wollte, ich wollte das Leben mit einsammeln. Oh, was gibt's doch? Ja. Alter, Kerem, pass auf, wir müssen den Level komplett auswendig lernen. Alter, du stirbst immer voll früh. Was soll das? Ich hab, ich, ich, ich. Komm, spier dich doch mal. Oh, Mann. Alter, das hier ist schwieriger als... Oh, ho, 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 ho. Alter, irgendwann, wenn du was drückst hast, ne? Oh, nein. Ich krieg das kurz schnell. Das ist wirklich. Oh. Neeein. Wir sind einfach zu schlecht. Warum kann man das komische Zug, den Waggon da, ne? Warum kann man den eigentlich nicht bei Mario Kart benutzen? Ja, das ist einer der vielen Mysterien. Oh, Mann, warum? Er guckt weiterhin zu und mehr in das Timing. Siehst du, das war viel zu früh gesprungen. So ein Klamrschen drückend steckt. Oh, das gibt's doch nicht. Weißt du, das Problem ist, wir sind zwei breite Affen, ja? Aber das Krokodil fällt nicht runter. Ja, los, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Was, Alter? Was? Was kommt denn da noch? Was? Das Spiel ist unmöglich. Oh. Ja, ja, ja. Ja, nein, nein. Oh, nein. 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 Alter. Oh, Gott, das hat... Oh, das hat... Oh. Nein. Nein. Das hat... Oh, ich muss das für ein Level machen. Irgendwann werde ich den Designer von dem Level sowas von die Fresse imponieren. Ich bin schon voll am Schwitzen, ich. Oh, das gibt's doch nicht. Diese eine Pixel. Satan hat diese Schreckung geworfen, man. Was? Geh mal weiter. Nein, nein, der hat nicht mal. Die hat nicht funktioniert. Hör auf damit. Hör auf damit. Oh. Mach ein Verein. Bitte. Steh mich an. Oh. Oh. Die Höhe Schwung. Oh. 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 Die. Oh. Das ist ja so. Oh. 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 Alter! Junge! Junge! Nein! Alter, du machst mich fertig! Ey, das war mein bester Run! Das war dein allerbester Run! Komischerweise! Oh, nochmal! Warte! Darauf hab ich nämlich nur gewartet. Aber dafür hab ich grad auch was rausgefunden. Man kann nicht rückwärts fahren. No shit, Sherlock! Oh! Nein! Noch! Noch! Ach, verdammt! So! Oh! 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 Auf diese Beine drüben! Ja! Der Speicher oder so! Haha! Sofort wird gespeichert! Ich nehm mal vor ich hätte jetzt geladen! Hahaha!